Sie sagen selber, Sie waren enttäuscht von dem Abend, weil, Zitat, blöd reden ist nicht strafbar. Was macht der Mähhammer da? Der Mähhammer da. Die Gemeinde ist zu melden. Wir sind alles gern, die ÖVPler, wir wissen, was leiden heißt. Das ist irgendwo verständlich. Was kostet denn so einen Chickenburger? Einen Euro. Und der Cheeseburger? Auch einen Euro. Alles zu mitnehmen, bitte. Ein Ochtel. Rot oder was? Schlimmerwitz. Alles zu mitnehmen, bitte. Okay. Ist so. Wenn ich's wenig gehört hab, geh geholt. Dann muss ich ja mehr gehört haben. Wohnung voll von Mäckis hacken, kann die Mama wieder Vollzeit hacken. Nee, Hammer, ja. Was habe ich die Bemerkung, ist zu melden? Nee. Liebe ÖsterreicherInnen und Außen, normalerweise fahre ich nicht mit dem Auto um, normalerweise die Cobra-Beamten. Aber es ist Nachmittag und da lasse ich die Cobra-Beamten nicht mehr mit dem Auto fahren. Verkauf den Burger mit Pommes fritz und bringt die armen Kindern mit, das macht ja nee, Hammer, ja. Ich hab bis jetzt 50 Big Tasty's insgesamt gegessen. Was der Hirschen, der die auch gerne essen, sein Heißen, nicht? Was ist ein Pflasterhirschen? Ein Leberkass vom Pepehocker, vom Pferdgeroll, das wissen sie nicht mehr. Das ist so. Ein Kass, Seemalin. Sind sowas auch? Na, das darf nicht wahr sein. Alles nicht mehr normal. Bist du noch normal? Und jeder kann bei sich selber anfangen. Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei Ball. Bei mir doch, du bist das einfach gut. Bei mir doch, du bist das einfach gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.